Was ist das für Waffe? Hey, wie jetzt? Yeah. Yeah, eigentlich. Das ist, was wir hierher könnten, auf der Brücke. Dort, wo die schwere Munde runterkommt. Wo sind wir hierher? Ja, wir sind hierher. Was ist das für die Waffe? Was ist das für die Waffe? Oh, was ist das für die Waffe? Was ist denn da? Du bist in der Hand. Achtung, neuner. Das machen wir. Okay, das haben wir hier nicht gemeint haben. Einer kann. Und der zweite. Nice. Ja, super. Nein! Nein, mein Super ist weg. Daran kommt mit einer Schrotflinte. Er ist gut hier. Okay. Spawn. Scheiße. Hm. 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 Ja, nekro. Schnau, da war ich noch. oh kann ich da click munitions lourdes en approche oh il y a des munitions lourdes non même yes 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 oh oh bling weil ich dachte dass er dort landet superfog ist sei genau Nein, das ist ein Wetterverkopf. Nein, das ist ein Wetterverkopf. Ja. Ja. Ah, sorry. Ich bin hier. Ich bin hier. Hey, fast down. Wie ist denn der Stab? Ist auch okay. Aber scheisse. Easy. Haha. Oh, ja.